Werte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Geschwister im islamischen Glauben, der Weltgendarm möchte endlich weltweit bestimmen, wer ein Kriegsverbrecher ist. Publiziert am 29. Mai 2022 um 9.53 Uhr. Es gibt neue Hinweise, wie das US-Establishment die Gelegenheit, die sich durch die emotionale Reaktion der Öffentlichkeit auf den Konflikt in der Ukraine bietet, für die Herrschaft über die eigene Weltordnung nutzen will. Ein Kommentar von Rachel Marston. Laut einem Bericht der New York Times haben Mitglieder des US-Senats einen alten Gesetzentwurf aus dem Jahr 1996 wiederbelebt, mit dem der US-Justiz die Zuständigkeit verliehen werden soll, auch jede Nicht-US-Bürger auch für außerhalb der USA begangene angebliche Kriegsverbrechen anzuklagen. Das Problem für die USA im Umgang mit Kriegsverbrechen besteht derzeit bereits darin, dass, um festzustellen, ob jemand tatsächlich gegen internationales Kriegsrecht verstoßen habe, ein ordnungsgemäßes Verfahren beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag erforderlich ist, aber in Washington, D.C. hat man nicht nur ein Gesetz, das den Haag-Invarsionsgesetz verabschiedet, das dem Pentagon die Ermächtigung erteilt, alle notwendigen militärischen Maßnahmen zu ergreifen, um amerikanische Bürger zu befreien, die wegen vorgeworfener Gräueltaten vor diesem Gericht stehen oder wegen tatsächlicher Gräueltaten verurteilt wurden. Die USA erkennen die Autorität dieses Gerichts nicht einmal offiziell an. Als der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag im Jahre 2020 die Handlungen amerikanischer Truppen in Afghanistan zu untersuchen begann, verhängte der damalige Präsident Donald Trump kurzerhand Sanktionen gegen Beamte dieses Gerichts. Und obwohl diese Sanktionen zwar inzwischen unter dem US-Präsidenten Joe Biden wieder aufgehoben wurden, gibt es keine Anzeichen dafür, dass seine Regierung etwas daran interessiert wäre, dass der ISTGH bei US-Bürgern dieselbe Messlatte anwendet, die sie für den Rest der Welt anlegen will. Als jüngstes Beispiel für diese Heuchelei haben Offizielle in Washington gefordert, dass sich der russische Präsident Wladimir Putin vor dem ISTGH in Den Haag wegen des Konfliktes in der Ukraine zu verantworten habe. Niemand hat zum heutigen Zeitpunkt wirklich eine Ahnung, wo die Grenzen zwischen den Konventionen, entsprechenden Kriegsgräueln und solchen liegt, die als außergewöhnlich und mithin strafbar gelten sollten. Es sollten erst recht keine Behauptungen oder gar Schlussfolgerungen auf der Grundlage von Propaganda gezogen werden. Die Mühlen der Justiz neigen bekanntlich dazu, sehr langsam zu mahlen. Aber wer will schon die Zeit für dieses Mahlen abwarten? Sicherlich in Washington niemand. Wer braucht schon ein langsames und verschlungenes Völkerrecht, wenn man doch einfach eines Morgens aufwachen und entscheiden könnte, man sei jetzt selbst das neue Strafgericht, statt das in Den Haag? Angesichts der Komplexität der Zeitdauer, der Entfernung zum Tatort und der Nebelbomben eines Krieges, deren Dunstig über eine mögliche Beweiskette legt, ist das, was diese US-Senatoren vorschlagen. Ein Schauprozess vor einem Gericht von fragwürdiger Legitimität, im Englischen als sogenanntes Kängurugericht für Ballhorn. Sollte ein Nicht-US-Bürger, der die US-Behörden eines Kriegsverbrechens beschuldigen, jemals US-Bohnen betreten, so würden sie ihm genau solch ein Verfahren auferlegen. Wenn man sich fragt, wie so etwas aussehen könnte, dann fragt man am besten einfach den französischen Staatsbürger Frédéric Peruzzi, einen ehemaligen Leitungsmanager des französischen multinationalen Konzerns Alstom. Er wurde im Jahre 2013 vom FBI am New Yorker Flughafen GFK festgenommen, von den USA der Bestechung bei Geschäften in Indonesien angeklagt und in den USA zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Peruzzi war genau das ein Nicht-US-Bürger, der für ein Nicht-US-Unternehmen gearbeitet hat und 2017 vor einem US-Gerecht in Connecticut wegen einer Anregung verurteilt, die sich nicht in den USA, sondern in Indonesien zugetragen haben soll. Aber das US-amerikanische Gesetz über Korruptionspraktiken im Ausland erlaubt es dem selbstgerechten, überlangenen Arm der US-Justiz genau diese globale Zuständigkeit zu beanspruchen, wenn irgendein Aspekt der US-Finanz- oder Geldsystems in irgendeiner Weise berührt sein könnte, wie grenz dieser Aspekt auch immer sein mag. Auch der jüngste Fall der Huawei-Managerin Meng Wanzhou, Tochter des Gründers des chinesischen Telekom-Riesens, zeigte ebenfalls, wie weit die USA-Justiz gehen wird, um die Wettbewerbsvorteile der US-Wirtschaft zu verteidigen. Auf Verlangen US-amerikanischer Behörden von deren kanadischen Amtskrieg während eines Trasitaufenthalts am Vancouver International Airport festgenommenen, wurde der Managerin, die sich also nicht einmal auf US-amerikanischem Boden befand, vorgeworfen, gegen US-Sanktionen Iran betreffend verstoßen zu haben, die auch gar nichts mit Kanada zu tun hatten. Nachdem ihr Fall das Drittland Kanada in einem vierjährigen diplomatischen Ringkampf mit China gezerrt hatte, während Meng unter Hausarrest in ihrem Domizil in Vancouver fest saß, trafen Kanada und China irgendwann eine Vereinbarung, Meng nach China ausreisen zu lassen, im Gegenzug für die Vereinbarung, dass Meng in den USA strafrechtlich verfolgt werden kann. Es ist unschwer vorstellbar, dass man sowohl Meng wie auch Pirucci, der übrigens nach der Übernahme von Astam durch die General Electric der USA und nach Zahlung einer rekordverdächtigen Geldstrafe von 772 Millionen US-Dollar freigelassen wurde, eigentlich auch als willkommene Wirtschaftsgeiseln für ultimative Wettbewerbsvorteile der USA bezeichnen könnte. Auch der sportliche Wettkampf ist vor dem Beutelzwingen der USA-Döchter nicht gefeit. Im Dezember 2020 verabschiedete der US-Gesetzgeber das Rotschenko-Anti-Doping-Gesetz, das den US-Behörden erlaubt, ausländische Athleten festzunehmen oder sogar in die USA zu entführen, um sie dort wegen des Vertrags auf Stoping anzuklagen, auch wenn die betroffenen Wettkämpfe nicht auf US-amerikanischem Boden stattfanden. Um die breite Zuständigkeit der Vereinigten Staaten für globale Wettbewerbe zu rechtfertigen, beruf sich der Gesetzentwurf des Repräsentantenhauses auf den Beitrag der Vereinigten Staaten zur Welt-Anti-Doping-Agentur, so rechtfertigte es die New York Times. In Washington D.C. hat man sich also alleinig die Aufgabe gestellt, für die ganze Welt zu definieren, wer gemäß einem US-Sanktionsregime mit wem Geschäfte machen darf, wer wegen Doping angeklagt und verurteilt wird, wer auf der Bühne der Weltwirtschaft selektiv wegen Korruption verfolgt werden soll. Und jetzt wollen die USA sozusagen als Krönung im Alleingang definieren, wer zum Kriegsverbrecher abgestempelt werden darf. Sind wirklich alle anderen souveränen Staaten und deren Bürger auf diesem Planeten wirklich damit einverstanden? Und wenn nicht, wo bleibt dann die Empörung? Soweit dieser Beitrag vorgelesen von Per Thüler, wohnhaft in Port Elisabeth, Republik Südafrika. Assalamu alaikum.